hallo zusammen gameladen und badzahlen präsentiert den gta 5 showdown was das heißt ihr bekommt 20 prozent rabatt wenn ihr mit badzahlen gta 5 bezahlt ganz wichtig das angebot hat limitierte stückzahlen also nur solange der ford reicht oder aber bis montag 20.4 um 9 uhr wie das funktioniert ist relativ einfach ihr sucht euch erstmal eure gta 5 version aus klickt dann zum warenkorb hinzufügen geht dann in eurem warenkorb auf bestellung aufgeben lockt euch ein und wählt als bezahlmethode badzahlen aus dann einfach den zahlschein ausdrucken oder den sms code aufs handy senden lassen und mit dem code beziehungsweise mit dem ausgedruckten schein geht ihr dann zu einen der vielen annahmestellen ihr könnt auch noch mal draufklicken link ist übrigens auch in der video beschreibung und direkt an der kasse bar bezahlen und direkt nach bezahlen bekommt ihr dann den key zugesandt und mit dem key könnt ihr das spiel dann bei steam aktivieren und runterladen hier unten stehen noch mal alle hinweise zu der aktion von wann bis wann die ganze aktion gültig ist und auch dass der zahlschein nur drei tage lang gültig ist also in der zeit solltet ihr das spiel dann schon bezahlen alles klar denkt dran angebot nur mit limitierten stückzahlen und ansonsten bis zum nächsten video wahrscheinlich morgen den wochenrückblick tschüss